Sternstunden deutscher TV-Unterhaltung. Danke für dein Like oder dein Abo. Hör mal zu, der Kanal für echte Hörspiel- und Retrofans. Wetten, dass... Guten Abend. Vielen Dank. Ich kann ja nichts dafür. Dankeschön. Da gibt es zum Beispiel einen Mann aus England. Und jeder kennt ihn. Ich bin fast sicher, jeder hat ihn schon mal gesehen. Aber absolut sicher, dass jeder von ihm gehört hat. Der hat eine ganze Generation mit Gänsehaut versorgt. Und ich bin ebenso sicher, dass fast jede Frau schon mal Alp geträumt hat von ihm. Herzlich willkommen, Christopher Lee. Bitte nehmen Platz. Es ist eine lange Zeit, dass wir... Oh, jetzt komme ich in Schwierigkeiten hier mit dem Sitzen. Ich habe keine Erfahrung in Sitzen wie eine Frau oder eine Frau, wie eine Frau. Ich verstehe. Wie geht das? Ich fand, es war ein wunderschöner Abend. Sie haben mir sehr geholfen. Meine Kandidaten haben mir sehr geholfen. Ich freue mich, dass ich meine Wette erfüllen konnte. Ich hoffe, der Frank Elstner zu Hause ist mit mir zufrieden. Ich bin es mit Ihnen sehr. Ich freue mich auf das nächste Auffluss. Geht's los? Wahrscheinlich sind Sie dann absolut enttäuscht, wenn ich im normalen Anzug rauskomme. Aber vielleicht fällt uns irgendwann mal wieder so etwas Herrliches ein. Mein Dank gilt Wetten, dass... Und wir wünschen Ihnen alle jetzt erstens eine gute Heimkehr. Wir wünschen, dass Sie gesund bleiben, wenn Sie im Augenblick so die Blätter fallen. Alle hier sind ein bisschen verschnupft. Ich werde mir heute wahrscheinlich auch einen geholt haben. Wenn das so der Fall sein sollte, dann wünschen wir Ihnen alle gute Besserung. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 3. Dezember. Bis dahin alles Gute und noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank.